Und nicht geschissen krieg, das kann echt nicht wahr sein. Ich, äh, boah. Loll. Ich komm gerade nicht mal bis dahin. Oh mein Gott. Alter, jetzt ruggelt das bei mir. Ich komm hier mal in den Vollbildmodus. Jetzt bin ich gerade gelaufen, bin so beim ersten Sprung gesprungen und dann da runtergesprungen. Ach, fuck, ey, meine Fresse. Wieso kommen denn danach noch so Arschlochsprünge? Das gibt's überhaupt nicht. Ja, ich mein, die müssen für ein Arschloch wie die. Jetzt spring ich erst mal ins Leere. Ach, ey Jonas, hast du Bock Star Trek Into the Darkness im Kino zu gucken? Star Trek. Jetzt meine ich, keine Sau will mit mir in diesen Film gucken gehen. Ich will nicht allein ins Kino gehen. Ich guck mit dir, aber jetzt weiß ich. Skyriman oder so, oder Scary Movie, aber. Warum will kein Mann? Weil das Scheiße ist. Mein Gott. Oh Mann, ich krieg den Sprung nicht hin. Ich will nicht allein ins Kino gehen, das ist traurig. Forever alone. Ja, ich mein, wie du immer, ne, du bestellst immer in ein Restaurant und du bestellst immer so Tisch. Macht das Spaß? Determier zum Springen. Oh Scheiße, jetzt hab ich den Sprung schon wieder falsch angefangen. Weißt du, du bestellst in einem Restaurant jeden Abend einen Tisch für zwei, dann kommst du alleine dahin. Ja, den A4-1. Ich will. Weißt du, irgendwann, irgendwann wirst du alleine sterben und deine Katzen werden dich auffressen. Was für Katzen? Alleine. Keine Katzen. Menschen, die alleine traurig sind, haben einen Arsch voll Katzen. Dann stellt er darauf, dass man wieder packlich ist. Auch, ja. Das ist doch total normal. Ja, du hast doch hier... Wie viele Katzen hast du denn? Also ich hab's doch 50. Und du? Scheiße. Ach, verdammt nochmal. Du öffnest immer so ein Portal bei dir, ne? In deine Katzenwelt. Und deine ganzen Katzen in ihren Katzenlandschaften. In ihren Katzbäumen. Nein, ich kann nicht. In ihren Katzbäumen spielen. Tandak. Fische essen. Ah. Raumhafte Klischee-Welt. Eine Klischee-Welt. Verdammt nochmal. Ich komm da nicht drauf auf diesen vergackten Drecksblock. Ich komm da zwar drauf, aber aufziehen danach nicht. Alter, der Block ist so hässlich wie du. Der ist so hässlich wie alle anderen hier auch. Wie, wo sind denn die andere Blöcke? Ich seh auch keinen Block. Minecraft? Wo sind denn da Blöcke, ey? Hab ich noch nie gesehen. Ja, du bist total irritierend und unloggig. Minecraft ist ein Spiel der Bälle. Hier ist alles rund und weich. Das wär witzig. Das kann doch nicht in den Arsch. Doch. In den Arsch kann das, aber... Ob's wieder rauskommt, ist ne andere Frage. Oh ja. Ah. Ich starte immer mit Sprintjump. Ne. Wenn du auf dem Block draufstehst, hast du keine Chance mehr, den zu schaffen. Ich schaff das genauso wenig... Ey, Moment mal. Was passiert mir jetzt? Oh. Was ist denn da? Ich hab Slashback eingegeben. Ja. Ach, denkst du. Im Nachhinein war mir das schon klar. Und deine Mick kriegen Hinterkopf. Ach, verdammt. Ich krieg den gerade auch nicht mehr hin. Können wir ihn nicht einfach umbringen? Ich kann dich gleich umbringen. Wie willst du das denn anstellen? Greifst du durch den Bildschirm hin? Ich kenn nur tausende Methoden. Tausend Wege ins Gras zu beißen. Wie viel hast du davon eigentlich schon gesehen? 999. Ja. Ja. Hast du das überhaupt schon mal gesehen? Äh. Jonas? Ich bin ja. 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 Hallo zurück zu mit dem Jonas, ähm, sorry Leute, ich habe jedoch versehentlich auf meiner Tastatur die Standby-Modus-Taste erwischt. Ja. Ach ja, ach, verdammte Scheiße. So bekloppt einfach. Ich habe eine ganz wichtige Frage. Ja. Magst du Bratwurst? Was ist eine Bratwurst, verdammt? Ich weiß es nicht, ich muss dich das einfach fragen. Google das mal. Ich will mal wissen, was kommt, wenn man gut, wenn man Bratwurst bei Stupid Edia eingibt. Alter, du kannst doch echt gar nichts. Ich habe auch überhaupt Mühe geklickt. Wie oft hast du den Sprung schon geschafft? Kannst du gar nicht zählen, war zu oft. Ja, genau. Kennst du die Simpsons? Was ist Simpsons? Magst du die Simpsons? Kann die auch Windoffs? Oh, wie, die sind verfickt. Oh Mann ey, der nächste danach, der ist kacke. Nein, der ist einfach, nur ich schaffe halt den Sprung nicht. Ich würde gerne den... Na, der ist mein Bratwurst. So ein Schwanger. Ich war da schon so oft. Ach ja, nee. Alter. Ich will Scary Movie 5 im Kino gucken. David? Ja, ich glaube mal, irgendwas ist gerade los. Ja, ich glaube auch. Ich habe jetzt gerade bestimmt neunmal Slash Kill eingegeben und ich bin erst so beim zehnten Mal gestorben. Ja, ich auch gerade. Boah, bei mir haben wir beide volle Balken bei Umschalttaste. Bei mir hast du meinen Balken. Bei mir haben wir beide volle Balken. Weißt du, ich bin halt positiv, weißt du. Positiv. Wer positiv denkt und lacht, wer positiv denkt und lacht, der... Warte, wie ging das? Der Scheiß. Standard. Alter, ich bin so behindert. Ich bin jetzt zweimal hintereinander... Hab ich jetzt... Ich habe gerade zweimal hintereinander den ersten Sprung nicht geschafft. Geil. Den ersten. Ja. Oh Mann. Weißt du, das Geile ist, ich bin vor dem Sprung runtergefallen. Nicht hinter dem Sprung. Ich bin vor dem Sprung... Ich mache die Sprünge alle in einem Lauf. Ich auch. Aber... Trotzdem. Ich habe das nicht gebacken. Ah, shit. Hey, ich kann doch nicht hin... Oh lol, jetzt habe ich nichts gesehen. Da war so ein fettes Ding in dir drin. Aufnahme läuft noch, oder wie? Ja. Ja, die Aufnahme läuft noch. Oder wieso? Die Aufnahme läuft noch. Wen? Ich würde Skyrimovie 5 im Kino gucken. Läuft das schon hier? Was? Was läuft... Läuft Skyrimovie 5 schon hier im Kino? Äh, ich... Ja, ich glaube, das ist rausgekommen letztens. Äh... Weiß ich aber nicht. Oh Mann, was, 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 was... Zu was bist du eigentlich gut? Zum Scheißen. Weißt du, ich habe heute, ähm... Ich habe heute kein Iron hochgeladen. Weißt du, warum? Warum nicht? Ich habe das vergessen. Ich habe das echt... Mein Gott. Das klang jetzt echt, als wenn ich... Vorbei läuft keiner drum. Das klang... Ey! Ich habe Millionen von Fans da draußen. Wo draußen? Die Eichhörnchen. Ja, die Eichhörnchen. Meine Untergeben. Dann... Weißt du, ich habe denen dann den Flat geschenkt. Oder sind jetzt... Erinnert mich gerade an, äh... Der Film mit der Schokoladenfabrik irgendwie. Willy Wonka, oder was? Das ist gerade mit Eichhörnchen. Willy Wonka und die Schokoladenfabrik. Das sind... Das sind alles kleinwüchsige Menschen. Hallo, weißt du, wie beleidigt... Nein! Du mal... Da war auch eine... Da war doch ein, wo die... Ah, auch! Ja. Das ist... Das habe ich nicht gemeint. Das ist so geil. Ich mache voll die Eichhörnchen. Das ist so geil. Wo diese Dusse da in diesen Milzschluckereien, ey. Übrigens, wir meinen den Film Charlie und die Schokoladenfabrik. Ja. Ich weiß es. Der Film ist so geil. Willy Wonka! Willy Wonka! Habt ihr den Film schon gefühlte 50.000 Mal gesehen? Ich finde ihn immer noch geil. Diese Behinderten-Lieder sind so toll. Ach ja. Am Anfang dieser Fettzack, der aus diesem Schokoladenfluss da trinkt, ey. Der frisst da alles überall. Der frisst das Gras oben im Mund. Echt? Und dann trinkt er die Schokolade. Nein! Jetzt standst du mir schon wieder am Weg. Ich kann nicht springen, wenn... Ich schaffe diesen Sprung nicht. Ich gebe diesen Sprung gleich auf. Ich gebe den Sprung danach gleich auf. Nein! Den Sprung, den du nicht schaffst, den schaffe ich eigentlich fast nicht. Jonas, ich war jetzt gerade drauf. Ich habe aber nicht geglaubt, dass ich den schaffe und bin dann drüber gelaufen. Oh, Internet. Liegt das eigentlich an meinem oder an seinem Internet? Hey, Jonas. Oh, Madigan. Hey, Jonas. Liegt das eigentlich an... Ich sag das so jetzt einfach mal gar nichts. Liegt das eigentlich an deinem oder an meinem Internet? What the fuck? Guck mal gerade, wo ich gerade springe. Ja, ich weiß. Aber du... Ich war mitten im Springen. Warum bist du... Ach, du wurdest in den Fly-Mode gesetzt, Servi. Nein! Hey, du fliehst... Ich bin im Survival. Ja, weil du wurdest... Es gibt doch den Fly-Mode. Alter, ich bin gerade mega weit gekommen. Das fällt mir erst jetzt auf. Oh, jetzt ist es deaktiviert. Das war mal geil. Oh Gott. Bist du denn gekommen? Hast du den Sprung geschafft? Welchen? Den, den... Ich nicht geschafft habe, den habe ich geschafft. Dann bin ich da weiter und dann habe ich das nicht mehr geschafft. Ja. Das, was danach kommt, ist nämlich auch behindert. Nein, das, was danach ist, ist total einfach. Ja. Deswegen hast du das ja auch so gut geschafft. Ich will dich ja nicht ärgern. Ich möchte, dass du das zuerst schaffst. Natürlich. Du sollst auch mal ein Erfolgserlebnis haben. Natürlich. Liegt das eigentlich an meinem oder an deinem Internet? Das war gerade meins. Ah. Hätte mich auch gewundert, weil mein Server war ja noch an und... Der Server geht dir... Joinst du deinem Server nicht mit Localhost? Nein. Warum nicht? Wie jetzt? Ich verstehe. Dass du als Server-IP Localhost eingibst, anstatt deine richtige IP. Mach ich nicht. Warum nicht? Das ist besser. Ja, mach ich ja mal. Das heißt nicht, dass du das jetzt ändern musst. Aber egal. So. Hui. Boah, das ist viel besser, ey. Mein Gott, ich merke schon direkt, wie geil das ist. Die kommen direkt in die Hose geschossen. Mit einer Durchschlagskraft, die 50 Pampers zerreißt, ey. Oh, ja. Alter. Was hast du heute nur für Probleme? Ich? Du. Was hab ich denn... Den ganzen Tag, ey. Was hab ich denn heute schon gemacht? Was hab ich denn heute schon gemacht? Ach, Mann, ey. Ich schaff den Sprung danach niemal. Na, Fretz. Ich hab den aber auch schon mal geschafft, aber... Du kannst es halt... Ey, danach ist genau derselbe. Mich auch nochmal aufregt. Du kriegst halt nix Geschisse, Jonas. Geschisse kriege ich viel. Eine ganze Traktorladung, ey. Warte, was ist eine Traktorladung? What the fuck, was? Ich hab grad gesagt, du kriegst eine ganze Traktorladung geschissen. Dann hab ich überlegt, was eine Traktorladung ist. Das würde ich auch gerne wissen, also... Deine Lachen ist schon so spassig, also... Bitch, please. Ich weiß echt nicht, also...